Grüß' euch und herzlich willkommen bei Jackass. Okay, Blödsinn, viel Ärger wie Jackass. Ich bin nämlich noch viel brutalere Sau. Sechst's, mein Auto? Sechst's? Das ist mein Auto und das ist das Kennzeichen-Odeckt. Das ist objekt, weil man darf im Internet KZ-Kennzeichen-Hörzeugen. Ich kann nicht mal mehr rein von lauter Nervös. Aber schaut's, was ich mach. Schaut's, was ich mach. Ich bin so eine brutale Sau. Ich scheiß mir nix. Lernt's was von mir? Sechst's? Sechst's? So bin ich, so bin ich. Und jetzt, jetzt lauf ich endlich tot und fotografier alles fremde Kennzeichen.